Der Korder am Start. Auch der Frank Römer ist jetzt hinterher, das ist der Alperdauto. Natürlich was ganz anderes als ein Escort, wie von den Bernd Schümann. Da muss man natürlich einiges fühlen, um durchzukommen. Ja, man sieht, der Motor von Frank Römer aus dem Elklo, so was sie durch den Seiten des Eichels ist. Das ist der Anzeige, der in der Viertelstunde, das hat auch sehr viel Bernd Schümann in der Viertelstunde und die Menschen, da können wir uns sicherlich auch einiges stück der Kollege auf den Überhörungsmanöver ins Gefahrs machen. Vom Leistungsgeburt muss er sicherlich dem ganzen Feld unterlegen und der Frank Römer ist, wo er das Kulti in der Viertelstunde in der Viertelstunde markiert. Nicht dabei, dass das Ganze normal 300 Kilo weniger oder massiv 100 Kilo weniger, das muss erst einmal mitgemacht werden. Das kann einfach nur in der Beschleunigung nachgekommen. Und das macht er nicht mehr, aber in der Viertelstunde, gerade bei der Haftland-Rallye Berlin-Brandburg hat der Klima weiter ja ganz klar gezeigt, was er drauf hat. Am Start, vom Start weg, die Klasse angekürzt, der Ende der Klasse wird steigend mit Anstatt gesetzt, ist auch eine Prüfung, da waren ein paar Löcher drin, hat er vorsichtig die Löcher rumgefahren. Der wird wirklich mit Öffchen und der wird sicherlich am Ende der Veranstaltung, wenn nicht, dann ist er auch wieder vorne sein. Wir sehen schon, Sparte, der Bank-Reimann-Rash in Vella. Ich kann das gerade noch beim Start wegziehen, wenn das ein Wirt nicht so, wenn er jetzt nur mit Aum holt, die Service ist frank, der seit jundlichen Jahren der noch von wirklicher Halssporn ist, Das kann ich nicht nehmen lassen und schon ist er vorbei. Ich habe ihn zur Arbeitsbefahrt. Ich habe ihn zur Arbeitsbefahrt. Wie wir sehen, er hält auf jeden Fall den Abstand mit dem Kompeten leichteren. Aber als der OBV sagt, er lässt sich nicht vom Brot nehmen. Ja, und das ist doch noch mal so richtig eine Demonstration. Da kann man sich nicht schreien mit der Schausseck hoch machen. Da hat man die Leistung, um stehen zu lassen. Der R-Left, der jetzt mal wieder unten verliert und der da unten steht. Das wird sich sicherlich feststellen, dass der da unten braucht. Man hätte ihn vielleicht schon räumt werden, selbst wenn er das Fahrzeug da noch in Gang steht. Sicherlich, da werden sich alle anderen freuen. Aber das ist immer ein großer Sportblätter. Man kämpft ja gegeneinander, auch wenn man mehr miteinander umgeht. Man muss schon mal auswählen, dann ist man eben ein weiter vorne. Könnte noch interessant werden mit dem 7er weiter. Ich habe jetzt in dem ganzen Gerede die Runden nicht mitgezählt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob wir in der 6. oder 7. Runde sind. Sonst, wenn das also noch eine Runde geht, dann hat der Dietmar weiter sicherlich noch Chancen, den Escort einzuholen, den Escort zu überholen. Das war dann die 7. Runde. Er hat es nicht mehr geschafft, der Dietmar weiter. Aber alleine schon mit dem kleinen Auto an so einem QBF-Escort dran zu bleiben, ist schon eine starke Leistung. Tja, und bei Frank Reimann sieht es nicht unbedingt nach Arbeit aus. Keine hektischen Griffe unter die Motorhaube. Das klingt doch noch ein bisschen. Einneutigen. Ende. Einneutigen. 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 Einneutigen.